wir haben um ein wunder gebeten wir haben um hilfe gebeten wir sind an einem punkt in unserem leben angelangt in dem wir nicht weiter wussten in dem wir gott angebetet haben viele religiöse oder esoterische schriften studiert haben mit meditation begonnen verschiedenen techniken versucht frieden zu erlangen und dieser ruf oder diese diese bitte um hilfe sie wurde aus meiner perspektive durch den kurs in wundern beantwortet denn das was dieser kurs in wundern bewirkt ist wirklich ein wunder es ist eine geistes korrektur die hier stattfindet nach der wir gerufen haben denn irgendwo tief in uns wissen wir ganz genau so weitermachen wie bisher führt zu nichts wir sind aufgefordert so weiterzumachen wie gott uns gedacht hat und wenn wir diesen kurs aufmerksam verfolgen dann kommen wir irgendwann an den punkt und das war für mich wichtig zu erkennen gerade jetzt wenn ich wieder davon spreche wir menschen sind ja so sehr darauf bedacht unsere eigene meinung zu haben und sie dann zu vertreten wenn wir jetzt die letzten lektionen verfolgt haben können wir feststellen ich habe gar keine eigene meinung ich habe keine eigene meinung und wenn ich keine eigene meinung habe gegen was möchte ich dann noch kämpfen was möchte ich dann noch verteidigen in meinem leben und wie komme ich darauf wie komme ich zu der aussage dass ich keine eigene meinung habe ja weil mein denken durch das ego denk system offensichtlich eine illusion ist wenn wir die vorangegangenen lektionen betrachten wie mein geist ist nur mit vergangenen dingen beschäftigt oder ich sehe nur die vergangenheit oder ich rege mich auf weil ich etwas sehe was nicht da ist ich habe keine eigenen ansichten ich habe keine eigenen überzeugungen ich habe keine eigenen gedanken über die welt sie sind nur übernommen von einem mir fremden denk system dass wir das ego nennen und glauben dass wir diese eigene eigene ansicht über das leben sind und wenn wir an dem punkt gelangen ich meine zieht es mal wirklich rein ich habe keine eigene überzeugung ich habe keine eigene ansicht ich habe kein eigenes denken wenn wir die zu dieser überzeugung gelangen dann werden wir feststellen dass das leben völlig unpersönlich ist und ich kann mir angewöhnen wenn es unpersönlich ist ich muss keine eigene meinung haben das führt mich eben zu diesem unpersönlichen leben ich muss keine andere meinung haben als die deine ich kann deine meinung deine überzeugung deine politische gesinnung oder was auch immer völlig stehen lassen ich muss nicht anderer ansicht sein denn ich habe keine eigene eigene ansicht so wie der andere von dem ich glaube dass er nicht richtig ist und auch er hat keine eigene ansicht er wird gesteuert von einem lieblosen ich genauso wie ich wenn ich meine geglaubte eigene ansicht vertrete und wenn wir uns das mal wirklich betrachten dann kannst du jetzt mit dem was hier gerade formuliert wurde in absoluten frieden kommen ich muss doch nicht mehr gegen irgendetwas sein weil ich gar nichts bin weil meine überzeugungen an die ich bisher geglaubt habe völlig bedeutungslos sind so wie die welt die ich sehe also warum noch glauben dass irgendeine überzeugung die irgendjemand in sich trägt richtig oder falsch ist solange ich glaube dass irgendetwas richtig oder falsch ist so lange bin ich mit diesem lieblosen ich identifiziert das seine eigene ansicht vertritt das daran glaubt dass ich richtig liege mit meinen ideen und dementsprechende konflikte werde ich natürlich erneut erfahren das kennen wir alle zu genüge und an diesem punkt angelangt sind wir wirklich offen anderen geistes zu werden aber solange wir und das wirst du feststellen in deinem leben solange wir unsere eigenen ansichten überzeugungen konzepte denk gewohnheiten pflegen pflegen weil wir im widerstand sind mit der welt weil wir im widerstand sind mit der welt solange ist unser geist verschlossen solange sehen wir nichts wie es jetzt ist denn ich kann ja dann nur meine eigene überzeugung sehen und deshalb wiederhole ich es erneut so dass es so dass es zu wirken beginnen kann du hast keine eigene ansicht du hast keine eigene überzeugung das ist es was jesus in diesem kurs im wundern meint das ego hat alles auf den kopf gestellt total verdrehte wahrnehmung es möchte dass du glaubst dass du eine eigene ansicht hast auf diese welt die illusorisch ist und jetzt öffnet sich dein geist in ein unpersönliches dasein in dem unendliche versorgung existiert unendliche versorgung wenn du auf deiner persönlichen ebene beginnst dich um geld zu bemühen damit die familie ernährt wird und dementsprechende erfahrungen machst wenn du dich wenn du dich auf irgendeine art und weise beschäftigst um karriere zu machen deine diplome dein studium dein dein ganzes wissen pflegst um dich erhalten zu können und deine familie dann ist das okay wenn du es tust um geld zu verdienen ist es okay weil du eine ansicht diesbezüglich hast weil du eine überzeugung diesbezüglich hast und dieser kurs der führt dich irgendwann an den punkt und das kannst du jetzt schon für dich klar haben dass du alles für gott tust und wenn du für wenn du es für gott tust bist du für immer versorgt dann musst du gesteuert durch deine überzeugungen und ansichten du musst dich nicht mehr um irgendeine versorgung kümmern du musst dich nicht mehr um geld kümmern um deine immobilien um deine beziehungen um deine gesundheit um nichts mehr tu alles nur noch für gott und dann endet die persönliche geschichte dann endet die persönliche idee von der du glaubst dass du sie bist dann endet alles und wir alle beginnen den kurs im wundern mit unterschiedlichen motivationen wir wollen für mich war klar ich will sofort innerhalb eines jahres erwachen so stand es in der beschreibung und natürlich noch ein lockeres cooles leben führen wo genügend geld reinkommt ohne dass ich irgendetwas tun muss oder ähnliche dinge egal es spielt keine rolle jeder kann das jetzt gar nicht im einzelnen aufzählen jeder beginnt diesen kurs auf irgendeine art und weise und ich kann dir sagen alles wird dir genommen jede idee warum du diesen kurs beginnst wird dir irgendwann absolut genommen denn jede idee die ja nicht von dir kommt muss entfernt werden und die meisten kurs in wundern schöner haben eben angst genau vor diesem alles soll so bleiben wie es ist jedoch alles soll sich verändern und wenn du hier beständig dran bleibst wirst du irgendwann an diesem punkt gelangen wo du siehst war und meine motivation warum ich diesen mit diesem kurs begonnen habe die existiert überhaupt nicht mehr sie ist nicht mehr existent weil meine persönliche überzeugung transzendiert wurde weil meine persönlichen ansichten transzendiert wurde und wir werden durch den kurs in wundern ermuntert alles zurückzulassen unsere persönlichen ideen von spiritualität zurückzulassen unsere persönlichen ideen von beziehungen zurückzulassen wir können dies schmerzhaft erleben weil wir unsere alten weil wir unsere ideen weil wir unsere überzeugungen verteidigen weil wir glauben sie sind wichtig oder wir sagen wir gehen in den anfängergeist und gehen an dem punkt ich verstehe überhaupt nichts denn ich sehe nichts wie es jetzt ist ich sehe nichts wie es jetzt ist und ich verstehe nichts und dann wird dir wird es dir sehr leicht fallen diesen kurs in wundern zu erlernen aber wie gesagt wenn solange wir unsere persönlichen illusorischen überzeugungen die nicht existieren behalten wollen kann sich dieses studium des kurses in wundern ziemlich lange hinausziehen und das muss nicht sein ich komme wirklich an den punkt hier gibt es etwas absolut neues zu lernen und zu erinnern und erneut der hinweis du hast keine eigenen ansichten du hast keine eigenen gedanken du hast keine eigenen überzeugungen und du kannst ab jetzt eines jeden die überzeugung eines jeden die ansichten eines jeden absolut akzeptieren und hier endet dein kampf und dahin hat mich dieser kurs in wundern geführt und das nenne ich nun mal ein wunder ja stell dir jetzt mal vor ganz kurz wie gesagt wir wollen das glück nicht übertreiben stell dir jetzt mal vor du akzeptierst jede ansicht und jede überzeugung eines jeden menschen jedes politische system siehst du so einfach musstest du dazu deinem partner ändern ihn von irgendetwas überzeugen musstest du dadurch das politische system stürzen das soziale gefüge verändern die gesellschaft verändern musstest du irgendetwas tun in der welt nein willkommen in der geistesschulung des kurses im wundern willkommen im klassenzimmer der liebe ich finde es absolut faszinierend die ansicht eines jeden vollständig zu akzeptieren in dem tiefen wissen dass er noch an eine illusion an einer illusion an einer illusionären überzeugung verhaftet ist und jetzt ist jede meine handlung durchdrungen von der liebe gottes denn ich tue alles nur noch für gott und noch einmal wer alles für gott tut ist in allem versorgt wer irgendetwas für sich selbst tut ist in ständiger angst denn eines ist ganz sicher die liebe gottes ist beständig und unsere ideen von welt die sind doch offensichtlich im höchsten maße unbeständig und deshalb sehen wir nicht die realität wir glauben ein familienbild anschauen anzuschauen wir sehen nicht die realität wir sehen unseren unsere überzeugung unseren filter und deshalb ist diese lektion neun so wirklich hilfreich ich sehe nichts wie es jetzt ist dieser leitgedanke ergibt sich offensichtlich aus den beiden vorangegangenen aber während du ihn möglicherweise intellektuell akzeptieren kannst ist es unwahrscheinlich dass er bereits eine bedeutung für dich hat allerdings ist verständnis an diesem punkt nicht nötig in der tat ist die einsicht dass du nicht verstehst eine voraussetzung um deine falschen ideen aufzuheben in diesen übungen geht es um praxis nicht um verstehen du brauchst nicht zu üben was du bereits verstehst es wäre in der tat ein zirkelschluss verstehen anzustreben und davon auszugehen dass du es schon besitzt und du siehst jetzt ganz deutlich dass die praxis uns in das verstehen führt das angebot der jeweiligen lektionen oder auch der inhalt der hier gesprochen wurde und wird dass dies dich an den punkt führt wo ein neues ein neues verstehen stattfinden kann erst vergeben erst praktizieren dann verstehen und dann wird sich die liebe zeigen können vorher nicht mir wäre es unmöglich gewesen diese worte vor 20 jahren zu dir zu sprechen und erinnere dich daran vor 20 jahren habe ich den kurs vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre in der hand gehabt also das ist schon ein Schulungsweg da bedarf es schon der Hingabe da bedarf es schon der Öffnung in den Heiligen Geist und zu akzeptieren dass ich keine eigene Meinung habe dann können solche Worte in deinem Dasein auftauchen und alles was hier gesagt wurde und wird bist du bereit für dich zu erfahren sonst könnte es nicht in dein Gewahrsein gelangen dem ungeschulten Geist fällt es schwer zu glauben dass das was er bildhaft vor sich zu sehen scheint nicht da ist dieser Leitgedanke kann ziemlich beunruhigend sein und aktiven Widerstand in verschiedenster Form hervorrufen das schließt jedoch seine Anwendung nicht aus nicht mehr als das ist für diese oder jede der anderen Übungen erforderlich und jeder kleine Schritt wird ein wenig von der Dunkelheit beseitigen und schließlich wird Verständnis jeden Winkel des Geistes erhellen der vom Schutt gesäubert wurde der ihn dunkel macht so schön formuliert wenn du irgendwann an den Punkt kommst wo du glaubst ach ich kann es nicht komm wieder zurück zur Lektion Nummer 9 lies dir diese einleitenden Gedanken die dich wieder öffnen die dir wieder aufzeigen hey jetzt dreht sich jetzt nicht um mein Verständnis es dreht sich darum dass ich praktiziere denn dem ungeschulten Geist ist nichts möglich der ungeschulte Geist hält weiter an seinen Meinungen fest die nicht existieren die nicht existieren die niemals existiert hat und du weißt ganz genau dass jedes Unglück das du erfährst nur deshalb sich zeigen konnte weil deine eigene Überzeugung verteidigt wurde alles Scheitern alles Leid alle Krankheit aller Schmerz aller Verlust kommt nur und ausschließlich nur von deiner Überzeugung ich wiederhole es erneut die nicht existiert die noch niemals existiert hat die nur ein Bild ist das du dir gemacht hast an dem du festhieltest und es verteidigt hast und wie hier deutlich dargestellt wurde jeder kleine Schritt also jede kleine Übung jede kleine Praxis wird ein wenig von der Dunkelheit beseitigen und schließlich wird Verständnis jeden Winkel des Geistes erhellen der vom Schutt gesäubert wurde der ihn dunkel macht und so geh freudig an dein Lernen geh freudig an die Lektion juhu jedes Mal wenn ich praktiziere wird dieser Schutt den ich gemacht habe dieser Schutt meiner meiner verrückten Ideen Überzeugung beseitigt der Altar der Liebe in meinem Herzen wird freigeräumt und endlich sehe ich die Beziehungen wie sie sind und nicht mehr so wie ich sie haben wollte und endlich ist mein Geist offen für die Liebe und die Freude und ich begegne jedem und in Liebe und Freude und mein Lächeln wird die Welt verzaubern und jeder Schritt ist durchdrungen von Liebe weil ich alles für Gott tue egal wo ich bin ich tue es für Gott und wenn du es für Gott tust dann bist du doch überall am richtigen Ort und dann finden doch alle Dinge einen glücklichen Ausgang und dann musst du dich doch nicht mehr um dein Leben kümmern oder um das Leben anderer wer sich um das Leben anderer kümmert glaubt dass seine Überzeugung die richtige ist du musst dich nicht um das Leben anderer kümmern du musst dich um dich selbst kümmern du musst deinen Geist schulen und wenn du alles wenn du von der Liebe Gottes durchdrungen bist dann erlöst du die ganze Welt und nicht nur den anderen von dem du glaubst dass er krank ist dass er Schmerzen hat dass er leidet oder sonst etwas erlöse dich erlöse deinen Geist von dem Schutt den du angesammelt hast von dem geistigen Geschwätz von diesem nothing no thing da ist nichts als unser Schutt dass wir bildhaft vor uns aufrechterhalten und diese Lektion heute ich sehe diesen Laptop nicht wie er jetzt ist dieses Smartphone meinen Arm meine Hände meinen Kopf meine die Orange ich sehe nichts wie es jetzt ist ich sehe den Tisch nicht wie er jetzt ist was für eine freudige Lektion das heißt ich sehe auch meinen Partner nicht so wie er jetzt ist oder meine Mutter oder meinem Vater das heißt auch ich sehe meine Arbeitskollegen oder mit demjenigen den ich gerade in der Straßenbahn oder U-Bahn fahre ich sehe nicht wie er jetzt ist ich sehe meine Kinder nicht wie sie jetzt sind und warum noch auf unserem Bullshit diesen Bullshit verteidigen du bist blöd und ich habe recht du bist falsch und ich bin richtig was für ein Bullshit was für ein Blödsinn wir da jeden Tag hierher faseln gegründet auf einer illusionären Idee meiner selbst die nicht existiert lebe für Gott lebe für Gott und praktiziere freudig hey danke dass ich durch die Praxis in die Erfahrung gelange danke dass ich endlich verstehe worum es sich dreht mein ungeschulter Geist ist doch nur gefangen in einer fixen Idee in einer blödsinnigen Geschichte nichts davon ist wahr und deshalb möchte ich auch nichts mehr glauben und die Intellektionen des Kurses in Wundern die werden mir helfen hier findet eine Geisteswäsche statt die ich dringend benötige um endlich die Versorgung durch die Liebe Gottes zu erhalten in der es keine Gedanken mehr gibt um die Vergangenheit in der es keine Gedanken mehr gibt um die Zukunft sondern nur noch dieses ewige gegenwärtige jetzt genießt ist das nicht ein ganz herrliches Angebot ja ich kann es deutlich fühlen mit dir das ist ein großartiges Angebot und wir können und wir können so dankbar sein dass uns dass uns dies gegeben wurde um endlich diese Jahrtausende diesen Jahrtausende alten Staub diesen diese Ideen von Welt und was ich bin endlich aufgeben zu können danke für dein Lauschen danke für dein für dein Dasein und danke für deine Praxis das was du heute tust erinnere dich tust du für die ganze Welt du musst es jetzt noch nicht verstehen aber zumindest möchte es gesagt sein danke danke vak die das ich horse bei was die hat мире immunity flower 覺 Dafür hed Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020